Wir gehen jetzt in den königlichen Kew Gardens und im Hintergrund nehmen wir das große Palmenhaus. Und jetzt werden wir gleich mal unsere Reise beginnen. In welcher Stadt sind wir denn überhaupt? In London natürlich. Na das musst du doch dazu sagen. Das weiß doch nicht jeder. Warum musst du jetzt runter? Ich seh das nicht. Ja, guck dir das an. Ja, schön. Es ist ganz schön warm hier oben. Aber schick sieht das aus. Guck mal runter. Tschüss. carbain Y ascł підsteck Guck mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020